Musik Ja, wie sicher sich die Damen und Herren der sächsischen Politik sind, sieht man ja an der kleinen Festung, die sie Ressuren und ihr Innenministerium noch aufgebaut haben. Das ist hochgradig albern und peinlich und es stinkt. Musik 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 Jetzt schreiten wir zu einer kleinen Preisverleihung. Weil wir viel zu nett sind, haben wir ein paar Preise mitgebracht, die wir jetzt vor dieser Testung abstellen werden. Dauert noch einige Sekunden. Und dann wird natürlich auch verlesen, worum es dabei geht. Die erste Frage, die wir heute gerne verleihen möchten, ist in der Kategorie Pseudo-Aktivismus gegen Neonazis. Diesen Verleihung, der der Stadt der Isken über Jahre hat die Stadt der großen Verlierer-Verbundung, ist in der Kategorie Pseudo-Aktivismus gegen Neonazis. Die Stadt der Isken über Jahre ist in der Kategorie Pseudo-Aktivismus gegen Neonazis. Die Stadt der Isken über Jahre ist in der Kategorie Pseudo-Aktivismus gegen Neonazis. Die Stadt der Isken über Jahre ist in der Kategorie Pseudo-Aktivismus gegen Neonazis. Für Mor拉 Freude Der Blick vom Beirat Teller Sie saben zu lassen? Lass Sie sich vorbereitet haben, dann Frau beginnt darüber, sie bejły durch 빠ßig vorne, Schiff Hör und die Kategorie Dach ώνfs für Tüero, die Pseudo-Aktivismus gegen Die Bίζholm Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.